Musik Mit dem Gedanken, den sozialen Zusammenhalt durch Musik zu stärken, wurde vor 21 Jahren Miyagi Music is a Great Investment in Südafrika gegründet. Seit damals haben sich viele österreichische Künstler, aber auch Pädagogen für Miyagi engagiert. Nun gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der Universität für Musik und Darstellende Künstler. Also dieses Projekt hat mich sofort und unmittelbar angesprochen, weil es eine wichtige Kooperation ist zwischen der Universität für Musik und Darstellende Kunst hier und Miyagi, jener Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, südafrikanische Talente zu entdecken, Musikerinnen und Musiker hier nach Österreich auch zu bringen und gemeinsam zu musizieren. Musik Thank you so much for all you do. I know you've been doing so much more and we see you and we appreciate you. Miyagi Music is a Great Investment ist ein hervorragendes Projekt und entspricht ganz der Haltung und der Einstellung der Universität. Wir sind der Meinung, dass Kinder und Jugendliche, die mit Musik ausgebildet werden, Kompetenzen erhalten, die für Erwachsenenleben von größter Bedeutung sind. Kreativität, soziale Kompetenzen, Feedbackkultur und und und. Es ist einfach, es müssten allen Kindern die Ausbildung zugänglich sein und jedes Kind auf der Welt sollte eigentlich die Möglichkeit haben, eine Musikausbildung zu genießen. Musik Musik